Foggestest. Konzentriere dich bitte auf diesen Ball. Sehr gut. Konzentriere dich bitte auf diesen Ball. Auf diesen Ball. Sehr gut. Dann konzentriere dich jetzt bitte einmal auf dieses Licht. Sehr gut. Wie lange kannst du das Licht noch sehen? Und wann kannst du das Licht wieder sehen? Sehr gut. Das gleiche nochmal. Okay. Und wann kannst du es wieder sehen? Sehr gut. Wie viele Finger halte ich hoch? Sehr gut. Gut. Okay. Okay. Perfekt. Sehr gut. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hast du sehr gut gemacht. Well nome ist jetzt auch noch ein wunderschönen Tag. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020